Musik Dahinter sehen wir Genghis Secret, innen suchte Colomano die Lücke, weiter außen Sirius, ganz außen Chancho, letzter als Instigator, vorne aber Hawk Bill, der nimmt den nächsten Gang, 300 Meter noch bis zum Ziel, Hawk Bill vor Genghis Secret, hinter Colomano mit Racing History, vorne Genghis Secret im Kampf mit Hawk Bill, 200 Meter noch Genghis Secret, außen oder innen Hawk Bill, Genghis Secret mit Adrie de Vries, vor Hawk Bill mit James, und jetzt 100 Meter Genghis Secret, Adrie de Vries zieht davon einen großen Preis von Berlin, Genghis Secret gewinnt.